Mona, weg da! Dann du. Vielleicht mag Lisa's einfach nicht. Kann ja sein. Dann mag sie's nicht. Oder sie hat keinen Durst. Noch mal Lisa versuchen. Vielleicht will sie ja was. Na, sie will. Ja, so ein bisschen wie das Freilaufen lässt. Mona, weg da! Mona, weg! Peter hat auch Durst. Ist eine? Ja. Mona, da! Mona hat sie nicht verstanden, dass sie's ausgekippt hat. Was soll's. Da ist nichts mehr drinne. Ist leer, Mona. Ist leer. Ist leer. Ja, sie schleppert jetzt. Nein, nicht ganz. Ja.